Sehr geehrter Schüler, halten Sie morgen einen Vortrag über das Operon-Modell. Ja, Mats und ihr wahrscheinlich fragt euch, was zum Henker dieses komische und schwierige Modell ist. Was ihr fürs Abi und Klausuren zur Genregulation bei Prokaryoten unbedingt wissen solltet, erfahrt ihr jetzt. Bevor wir in die affengeile Theorie der Genregulation einsteigen, klären wir erstmal ein paar Basics. Das Operon-Modell wurde 1961 von den beiden Franzosen Jakob und Monod entwickelt und beschreibt die Genregulation bei Prokaryoten auf molekularer Ebene. Zur Erinnerung, Prokaryoten sind zelluläre Lebewesen, die aber keinen Zellkern besitzen. Bakterien zum Beispiel. Das Operon-Modell wurde nämlich auf Basis von E. coli-Bakterien entwickelt, mehr dazu aber später. Das Operon, daher auch der Modellname, ist ein DNA-Abschnitt, den die RNA-Polymerase bei der Transkription als Startpunkt nutzt und ist der Oberbegriff für Promotor, Operator und Struktur-Gene, die dem DNA-Abschnitt entsprechen. Der Promotor ist die Ansatzstelle und Startpunkt zugleich für die RNA-Polymerase. Der Operator ist die Andockstelle des Repressors, also des sogenannten Aktivators. Und dann haben wir noch die Struktur-Gene. Diese enthalten die Infos, welche der vorhandenen Proteine synthetisiert werden sollen. Promotor, Operator und Struktur-Gene sind drei ganz wichtige Begriffe und jetzt geht es richtig los. Das Operon-Modell konnte mit Hilfe von E. coli-Bakterien-Kulturen entwickelt werden. Doch wie entwickeln sich überhaupt diese Kulturen? Die Kultur wird auf einem Nährmedium angesetzt. Diesem Nährmedium wird nun die Energiequelle Glucose, also Traumzucker, zugesetzt, woraufhin sich die Kulturen prächtig entwickeln. Jetzt stellt euch vor, dass es keinen Traumzucker mehr gibt. Was wird also gemacht? Jetzt wird die Kultur mit Laktose, also Milchzucker, gefüttert und es wird beobachtet, was dann passiert. Und was passiert? Das schauen wir uns jetzt an. Die Bakterienvermehrung stoppt und setzt erst mit einiger Verzögerung wieder ein. Guckt man sich die Enzymausstattung der Bakterien an, so findet man erst nur Enzyme des Glucoseabbaus. Fängt man an, die Kultur mit Laktose zu füttern, so kann man nach einer gewissen zeitlichen Verzögerung Enzyme des Laktoseabbaus nachweisen. Fazit? Die Bakterien stellen die Laktoseenzyme also erst her, wenn sie mit Laktose gefüttert werden. Also können sie innerhalb von Minuten auf Umweltveränderungen reagieren. Ziemlich schlau, oder? Ah, und dann gibt es noch den Vorgang der Induktion, auf Gene bezogen, nicht auf Herdplatten. Bei der Induktion wird die Expression der Gene, nämlich die, die für die Enzyme des Laktoseabbaus kodieren, erhöht. Und das aufgrund von Umwelt- bzw. molekularen Veränderungen. Das sind ganz wichtige und spannende Erkenntnisse. Und warum erzähle ich euch das? Damit ihr die Genregulation bei E. coli versteht. Und wie die abläuft, schauen wir uns jetzt an. Die E. coli-Bakterien besitzen drei Enzyme, um die Laktose zu verwerten. Daher sind auch drei Gene beteiligt. Als erstes haben wir das LAKY-Gen. Das kodiert die Laktosepermease, was bedeutet, dass Laktose in die Zellen transportiert wird. Zweitens ist das LAKZ-Gen. Das kodiert Beta-Galaktosidase. Sie spaltet also Laktose in Galaktose und Glucose. Das klingt jetzt zwar sehr kompliziert, besagt aber nur, dass Laktose in Galaktose und Glucose gespalten wird. Ja und dann gibt es noch das LAK-A-Gen. Das kodiert eine Beta-Galaktosid-Transacetylase, deren Funktion bei der Laktosespaltung jedoch noch unklar ist. Diese drei Gene liegen nebeneinander auf der DNA. Das heißt, man spricht von Strukturgenen. Diese kodieren jeweils für ein Protein bzw. Polypeptid. Damit bilden sie eine Transkriptionseinheit und diese Transkription findet durch ein einziges mRNA-Molekül statt. Bei der Genregulation werden zwei verschiedene Typen unterschieden, auf die wir jetzt im Folgenden kurz eingehen werden, nämlich die Substratinduktion und die Endproduktrepression. Fangen wir mit der Substratinduktion an. Das Repressormolekül kann aktiv oder passiv vorliegen und hat daher zwei verschiedene Auswirkungen. Erstens liegt kein Substrat vor, also ist es abwesend, ist dieses Molekül aktiv und bindet an einen Operator. Dadurch werden die Transkriptionen und daher auch die Enzymbildung verhindert. Zweitens ist das Substrat vorhanden, also anwesend, bindet es an das Repressormolekül, sodass dadurch die räumliche Struktur verändert wird. Dadurch kann es nicht mehr an den Operator binden. Die RNA-Polymerase lagert sich daraufhin an den Promotor an und die entsprechenden Enzyme des Substratabbaus werden gebildet. Und wie kann man diesen Vorgang auf unser E. coli-Modell übertragen? Wir betrachten einmal das Lack-Operon. Zu Beginn des Versuchs ist die Glucose die Energiequelle für unsere schlauen Bakterien. Ist keine Glucose vorhanden, können sie auch Laktose verwerten. Ist dies der Fall, bindet Laktose an den Repressor und ermöglicht dadurch die Bildung der Laktose abbauenden Enzyme. Also auf Deutsch, Laktose induziert den eigenen Abbau. Und last but not least haben wir noch die Endprodukt-Repression zu besprechen. In diesem Fall unterbindet das Endprodukt eines Stoffwechselweges die Enzym-Neusynthese. In der Ausgangssituation liegt der Repressor inaktiv vor und die entsprechenden Enzyme werden gebildet. Liegt irgendwann ein Überschuss des Endproduktes vor, wird die weitere Bildung unterbrochen, indem das Endprodukt an den Repressor bindet. Findet diese Bindung statt, wird der Repressor aktiv und unterbindet die weitere Transkription. Fassen wir jetzt noch einmal das Wichtigste anhand folgender Grafik zusammen. Diese Wachstumskurve zeigt einen zweiphasigen Verlauf. Zwischendurch kommt es zu einem kurzen Wachstumsstillstand. Warum das Ganze? Wenn im Nährmedium unsere erste Energiequelle Glucose verbraucht ist, wird daraufhin Laktose als neue Energiequelle hinzugefügt. Dadurch setzt die Bakterienvermehrung erst mit einiger Verzögerung wieder ein. Das Ganze, weil die Enzyme des Laktoseabbaus von E. coli erst nach der Zugabe von Laktose gebildet werden, also mit Verzögerung. Also können wir auch in dieser Grafik erkennen, dass E. coli live und zeitnah auf Veränderungen in der Umwelt reagiert. Cool, oder? Das war vielleicht ein schweres Thema, die Genregulation, aber ich vermute mal, dass ihr es nach diesem Video auf jeden Fall verstanden habt. Und weil das so viel Bock gemacht hat, geht es hier links weiter mit der Genregulation bei Eukaryoten. Abonniert gerne unsere Kanäle, schreibt uns in die Comments, wie euch das Video gefallen hat und bis bald, alles Gute und ciao.